Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Wir spielen heute mit zwei tollen YouTuberinnen, die auch sehr coolen Dead by Daylight Content bringen. Das Ronja und Frey Frey. Unser Ziel? Nie am Haken landen. Dafür spielen wir mit den Perks Für das Volk und Seelenwächter. Mit Für das Volk kann man eine andere Person sofort aufheilen, wenn man selbst gesund ist. Allerdings wird man verwundet und gebrochen. Und mit Seelenwächter bekommt man ein 8-sekündiges Schutzschild, nachdem man vom Boden aufgeheilt wurde. In der Theorie tauschen wir also immer wieder Leben ein, um ewig zu leben. Ob uns das gelingt, seht ihr hier im Video. Ja, da sind wir auch schon auf dem Spiel. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden und ob wir nicht klein gehen. Ja, hoffentlich nicht. Hallo. Hallo, schon wieder alles zusammen. Ja, ja. Ich bin immer noch da, wo wir gespawnt sind. Okay, Darius, du bist in der Nähe. Ah, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Au. Okay, Darius, du bist Burg, dann versuche ich, mich hinzukommen. Ja, ich bin in der Nähe schon. Ich bin in der Nähe, bleib tot her. Dann gehe ich jetzt zum dritten Mal wieder zurück zu meinem Generator. Mach das mal. Wirf alles um, hier gibt es genug Paletten. Oh ja, Palette City. Nein, 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 nein. Ich wollte mich jetzt denken, aber schade. Alles gut. Er geht dir hinterher. Nein, 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 nein. Danke. Ich habe mich jetzt getränkt. Einfach beklaut, der Killer. Hüpf. Lorena, wenn du hier runterkommst, da bin ich, da kann ich dich heilen. Jagt ihr euch? Ja. Wer jagt den Jagd? Ja. Äh, uns. Oben seid ihr? Ich bin oben, unten. Ich bin im Badezimmer. Und ich liege jetzt auch gleich. Fehleentscheidung getroffen hier. Ui, hast du mir leid. Ne, hebt mich auch auf. Oh ja, ich war sehr blind, danke. Ansonsten, ihr seid beide im Badezimmer, dann heilt euch. Ach, macht er schon. Ich bin runtergekommen. Er hat mich nicht auf den Hafen gekriegt. Okay, ich renne Richtung Jen, der fertig gegangen ist. Nee, er geht mir nicht hinterher. Er geht mir nicht hinterher. Er ist im Stealth-Modus. Er geht mir doch hinterher. Oh, oh. Äh. Oh, er geht zu euch, er geht zu euch. Ich habe die Palette gewasted, sorry. Es war eine Safe-Palette. Lauf, lauf, lauf. Ja, ja. Hihihi, das hat geklappt. Oh mein Gott. Wir klauen den auch wirklich die ganzen Hand. Oh, ich glaube, das ist calling. Dad, not is calling. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Oh, warte, wir beide heilen uns, merkst du? Tschüss. Oh, okay. Okay. Lass mich dann zuerst heilen. Okay. Weil ich mache es schon. Ich kann ja nicht. Oh, ich bin, äh. Ups, ich habe es vergessen. Er geht zu, äh, also ihr, ihr seht es ja auch. Oder? Nee. Sorry, nein. Oh nein, das schaffe ich nicht. Oh. Aber er geht auf mich, er geht auf mich. Ja, dann schaffe ich es, dann schaffe ich es. Ja, schaffst du es, ja? Ja. Die Taschenlampenblendung hat es gerettet. Wie ne, diese psychologische Kriegsführung hier von dir, ne? Nee, nee, ich habe an der Plättestin noch mal geblendet. Magst du mich heilen? Ja. Lorena, du bist in der Nähe. Oh, Stromstoß wieder. Nice. Wer wird gejagt? Äh. Au. Okay. Alter. Oh, Gott, Gott. Vielleicht ist es am dritten Mal in Folge. Hallo. Oh, der jagt mich jetzt. Ja, er ist noch oben, hat die Palette kaputt gemacht. Ja, er gibt mir nach. Oh, das ist so fies. Er ist im Stealth-Modus, ich glaube, er ist nicht mehr bei mir. Doch, er ist bei mir. Ah. Oh, ich kann mich noch nicht heilen. Ich suche mir jetzt mal einen Ken, ne? Oh, dann lass mal ein ganz kleines Stückchen noch stehen, wenn ich mich voll heilen. Okay. Warum? Damit ich die schneller heilen kann. Aber dann kannst du da Felix-Repeilen. Ja, wenn du halt nördlich bist, kannst du mich. Verliere ich gerade so weit weg. Ja, alles gut. Ich bin eh verloren, ne? Ja. Eben. Aber jetzt können wir gleich beide hingehen. Er jagt mich, glaube ich, nicht mehr. Doch. Start. Ja, okay. Okay. Der OS will es jetzt spielen, ne? Die OS hat 10.000 Paletten. Geh mal einen, Jen, jetzt nebenbei. Er folgt mir immer noch. Er ist Stealth-Modus. Ja, er geht hin, unten ist er. Er ist unten, ne, er ist oben. Ich hab ihn rausgestalkt, äh, rausgehebens. Hey, die alte Stalkerin. Ja, nur fürchterlich. Aber er geht mir nicht nah. Oder? Ne. Er ist wieder bei Felix. Ja. Oh, hier ist die Todesfalle bei der Palette. Bist du in der Nähe, Darius, von Felix? Auffassen, Lorena, ich komm an deiner. Oh, ne, ich komm nicht zu deiner. Ich komm nicht dahin, da ist Todesfalle. Lauf, lauf, lauf. Ja, ja, ich laufe. Ach, der tot. Ich glaub, der hasst uns. Ach, das ist aber auch gemein, aber, na ja. Jetzt krön ich mich wieder. Oh nein. Ach so, dein Totem Ronja ist gerade ich gold wert. Ja, ich geh mal schnell zu Darius. Ja, ich glaub, ich jagte mich, Mensch. Oder Nuss, ja. Ein Wandel, danach kann sein. Doch, doch, der ist hinter dir. Hinter mir? Er jagt mich wieder. Ich bin ihm nachgelaufen und hab ihn mal aufgedeckt. Okay. Äh, weil du mich aufgedeckt hast. Der Legend da hinten ist super right. Ist der am Silo da? Äh, beim Silo genau, wo man runterdropsen kann. Ihr seht, wo ich bin, er jagt mich. Ich seh dich, ich seh dich, ja. Ja, ich bin da auch direkt neben dir. Ich bin unten drunter direkt. Ich darfst, glaub ich, nicht rechtzeitig hochwenden. Ja, ich geh auch noch nicht klein. Ich würd nur sicher gehen, dass er wisst, wo ich bin. Aber die Paletten, ne, ich war noch nicht vor, die gehen halt auch langsam weg, ne? Ja. Ich mein, es ist das Spiel, hier gibt's 10.000, aber... Irgendwo sind noch 10.000 alle. Dann geh ich den Schein machen, wenn du parat bist. Okay, oh, ich könnte... Ich glaube, wenn ich die umwerfe, bin ich wirklich in der Sackgasse. Ist jemand da bei mir? Ja. Nee. Ist bei dir, ja. Ja, okay. Okay, nice. Okay, ich bin doch wieder frei. Okay, ich bin bei dem Sturz. Da werde ich gleich stürzen. Beim Sturz wirst du gleich stürzen. Beim Sturz wirst du stürzen. Oh, jetzt sind wir alle hier. Ich bin jetzt runtergegangen. Ich bin jetzt runtergegangen. Sehr gut. Er ist wieder in Sturz gegangen. Ja, er jagt mich auch weiter. Oh. Er versucht mich einfach so ein bisschen zu stalken und glaube ich jetzt laufen zu lassen. Irgendwo. Ja, ich hab Musik. Ach ja, der geht hoch, der geht hoch. Okay, er jagt mich. Der geht hoch. Er storgt mich. Er storgt mich. Er storgt mich. Hui. Da hab ich mich aber erschrocken. Wahnsinn. Au. Der ist ab von mir. Wo ist der denn? Der geht zum Jen zurück. Nee, er ist tot. Der wurde getreten. Felix, glaube ich. Nee, der ist oben. Immer noch oben. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn ganz dolle da. Oh, oh. Ich dachte, ich bin voll geheilt. Oh, 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 oh. Ich bin gleich voll gestoppt. Ich liege, ich liege, ich liege. Also, ich kann ihn grad nicht. Oh. Sorry. Ja. Ach ja. Okay. Ein Hook. Ja, stimmt, wir kämpfen so sehr drum. Aber mit einem Haken fängt es an zu zerfallen, ne? Er geht hoch zu euch. Jetzt greifen wir es ja. Oh ja, er steht da. Oh, da fahre ich mich rein gelaufen, lol. Kommst du noch runter? Nee. Lorena ist von hier. Ach, perfekt. Kann mir einfach ein Boot beim suchen sonst. Wer wird gejagt? Wer wird gejagt? Weit ich nicht. Äh. Bei mir war nicht. Ich werde gejagt. Okay. Okay. Ich habe die Entscheidung einfach jetzt selber getroffen. Ich werde jetzt gejagt. Ja, hat ja bisher gut funktioniert, ne? Er hat mich aber, denk ich, so gut wie fertig gestrückt. Ich oben? Ach ja, du bist ja gar nicht verletzt, finde ich. Ganz. Okay. Okay. Ja, oben sind gar keine Cans. Ja, er hat mich markiert. Ich, boah. Hm. Ihr seht mich halt nicht, ne? Nee. Nee. Oh. Vielleicht... Ist das ein Totem, wo du dran bist, Trey? Äh. Äh. Machst du ein Totem kaputt oder einen Jhin? Ich mach einen Jhin. Okay, Leute. Ich bin über dem Fleischraum. Dem Fleischer. Dem Fleischer. Wartet bitte unten. Wartet bitte unten. Und um mich aufzuheilen. Dein Fleischer. Super. Ich habe es gesehen. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Oh, da hinten. Es ist ja der Chat. Ich bin da hinten. Geht dir weiter nach. Nee, er stalkt hier. Oh, f***. Oh, wir müssen uns resetten. Ja, Vorsicht, er geht mir hinterher. Wunder, ich kann nicht heinen. Ja. Oh. Äh. Ich glaube, wir nutzen die Fähigkeit mitzunehmen, war in der Runde richtig geil. Keine Paletten, keine Paletten, keine Paletten. Ja, sorry. Ich hab gesagt. Alles gut, da war einer. Gut, als nächstes darf dann aber wieder jemand anderes hängen. Ja, naja. Safe Modus? Ich hab ihn rausgestockt. Oh, rausgestockt. Zurückgestockt. Zurückgestockt hab ich, ja. Sehr gut. Okay, ich geh erstmal weg, sorry. Er geht zum Haken zurück. Ja, ich hab gedacht. Magst du mich gleich annehmen? Ne, beschützt vielleicht lieber die anderen. Die sind dorthin, ja. Darius, wirst du gejagt? Ja, ich glaub schon. Ja, ja, er geht mir nicht. Okay. Äh, andere Richtung, ja. Ronja, komm mal zurück. Ne, steck ich jetzt, Toto. Oh, hat er mich gesehen? Ne, hat er nicht. Doch, theoretisch hat er mich gesehen. Oh, super, schönes Licht. Ja, er war leider nicht drin. Oh, sehr gut. Oh Gott. Sehr gut. Das ist so mies. Wie gut. Ich kann mich einfach an diese engen Stellen reinstellen und stehen bleiben. Das bringt ja eh nix. Ich bin jetzt eh, äh, markiert, aber eh verletzt. Ich hab nix können wir noch. Oh, ach scheiße. Ja, ich glaub das hätten wir auch nicht geschafft. Ja, ich nehm dir den Muschabronja. Vielen Dank. Ja. Dux, du bist. Okay, aber wir müssen auch langsam mal wieder reparieren. Ja. Weil die Paletten gehen halt auch raus, ne? Ja. Wer geht retten? Ich hab keine Ahnung, wo dahin ist. Okay, ich geh retten. Im Kühlraum. Ja, ich geh, ich rette dich. Hier hab ich noch ne Palette, hier bleib ich. Er ist bei uns. Ich hab beide voll gedruckt. Oh scheiße. Schaffst du's? Ja. Ich hätt dich direkt mit für das Volk heilen sollen, dann hättest du mich, naja. Ja, mach nix. Ich wär ja auch markiert. Ich wär ja auch nur ein Hit gewesen. Es stimmt. Du warst eh markiert. Okay. Ja, ich hätt gar kein Hit denken können, so. Komm, komm zu mir. Okay. Hey Lorena bist du... Okay, dann Lorena rette du mich direkt. Was halt nicht wo dahin ist, ne? Ich hab Terrorradius hier. Er ist bei Dario. Ja, ich bin unter dir. Ich weiß ja nicht wo sie sind. Die sind hin. Die sind zurückgegangen. Oder? Die sind nicht bei uns. Weil ich halt immer noch gefährdet bin. Ja, jetzt versuche ich zu tanken. Lauf, lauf, lauf. Komm schon wieder. Oh Gott. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Ich hab mal... ...geleiner Zeit genutzt. Beziehungsweise, naja. Er geht hoch. Er geht hoch. Wenn du mal auf die andere Seite kommst, Felix. Er ist wieder runter. Er ist wieder runter, ja. Er geht hoch. Jemand bei Darius? Ja. Ja. Papier. Ja, ist jemand... Ja, ich geh da hoch jetzt. Bin ich zu weit weg. Ich werd gejagt. Dann wirst du versuchen zu laufen. Oh, der geht auf dich. Ja. Ronja, bist du da? Ja, ich bin auch da. Ich bin auch direkt in der Nähe. Er rennt aufeinander zu. Oh. Nein! Das hab ich nicht mehr geschafft. Oh, ich hatte schon ein bisschen Animation gerade. Das war fies. Schon ein bisschen Animation. Ja, das war schon so... Ja, das war schon so... So... Bisschen... Bisschen... Bisschen Animation. Hatte ich schon ein wenig Animation. Er geht mir hinterher. Oh, das ist eine Sackgasse. Okay. Da geh ich nicht hin. Lorena, bist du an einem Gen? Ja. Okay. Dann versuch ich zu retten. Er ist jetzt bei der Hälfte. Er ist hinter mir her. Okay, ich hab ihn enttarnt. Ich geh wieder nach oben mit ihm. Oh, er geht zurück zum Haken. Du weißt zur Not, wo der Segen ist. Ja. Ich weiß auch, wo Lorena ist. Ja. Zunderholt. Wen jagt er, wen jagt er? Weiß ich nicht. Mich nicht. Mich auch nicht. Oh, das sind immer berühmte letzte Worte, ne? Mich auch nicht, mich auch nicht, mich auch nicht. Pöff. Das war's bei mir. Oh. Oh, scheiße. Mann, der Chain war fertig. Ich wollte nur durchfliegen. Ich wollte nur durchfliegen. Er flutscht rumstoßen. Mhm. Alter, war. Sehr gut. Er ist äh... Keine Ahnung. Ich hab glaub ich grad Felix gesehen, oder? Ja, ich bin wieder bei Darius. Ja, ich bin wieder bei Darius. Ja, ich bin wieder bei Darius. Oh ja, das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich nicht. Oh ne. Du hattest schon ein bisschen Animation. Ich hatte... Diesmal hatte ich keine Animation. Aber weißt du, was ich gefunden hab? Ne Toolbox. Yay, warte mal dann... Ne, das krieg ich mir hin. Ne, 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 du bist tot. Aaaaaaahhhh... Aufpassen, der geht zu euch bein? Ne, doch nicht. Ja... Der hat... Der hat nur das Calling auf jeden Fall. Ouh! Ich lieg gleich, ich lieg gleich, ich lieg gleich! Geh runter! ja soviel zu meiner toolbox vielleicht bin ich ja auch in der doofen ecke wenn der den haken anstellt können wir zwei schläge tanken aber die toolbox die ist noch fast voll ist eine grüne ich hab grad gejagt wo bist du ich guck dann wenn du verwundet wirst lass dich nicht stark nein ich hab dich voll angeguckt die ganze zeit aber ich hab ich weiß nicht was ich hab unten noch ich hatte unten jen angefangen aber der war auf 10 prozent oder so ich geh aber weiter nach und lorena ich bin bei dir hinter wem ist er jetzt er jagt mich noch ok ich bin an dem jen der ist etwa bei einem dritten immer noch ich bin sehr lustig sind sie am jen krach direkt wieder krach er feksamotiert das fängt da nicht mehr hin es geht da nicht mehr hin jetzt geht da nicht mehr hin es geht da nicht mehr hin jetzt geht das jetzt geht es dir nach lorena jagt dir jemanden ja mich 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 Er hasst mich jetzt, weil ihr lacht in der Muttern. Da ist der Jen oben, der ist recht weit. Aber wir heilen uns lieber voll, da wollen wir mehr machen. Wenn ich da noch erwischt hatte. Die Gier nach dem Großer den Skillchecks. Oh, bleibt auch überall hängen. Er ist in den Stealth-Modus und geht zu euch. Okay, dann weg hier. Lauf mal lieber. Du weißt, in welchem Jen ich vorher war, Darius. Der ist recht weit. Er jagt mich. Ich habe ihn enttarnt. Ja. Zu früh gehauen, mega. Ja. Lorena, leg es nicht drauf an. Wer geht dir nach? Ja. Ich kann dich halt leider auch nicht noch mal retten. Ja. Oh, mein Ohr. Ja, das war's. Ja. Ja. Schade. Okay, Darius, der tritt glaube ich gerade gegen den Jen. Ja, der jagt dich. Ach, oh ja. Das war's wahr. Ja. Ja, wenn man halt nur so Herzschlag hört und ihn nicht direkt sieht. Hier steht halt nirgends mehr was. Nirgends mehr was. Aber wenn er weg geht, ich muss nicht an den Jen nur dran. Er jagt mich, er jagt mich. Okay. Ja. Oh, da. Hab gedrückt. Der Jen versprüht ja noch Funken, an dem du arbeitest. Jetzt nicht mehr. Ja. Aber dieser Jen wird fertig werden. Oh ja. Alle fünf Jens. Wuhu. Das ist sehr gut. Oh. Lol. Oh. Das war jetzt, äh, ja. Das war einfach ein Luckies. Kommt der letzte Kill vom Himmel runtergefallen. Naja, hat er verdient. Ja. Nach dem, was wir ihm hier angetan haben. Die Trufe war direkt da. Ja, der hatte auch hart zu kämpfen am Anfang, glaub ich. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, nützes Crawling. Ich dachte es mir. Uneinigkeit. Turmstoß. Dungeon-Taktik. Runja bekommt einen Boost, wenn er jemanden ein Fäust drückt. Das ist ganz gut, ist er dann. Ja, es kam mir schon ein bisschen schnell vor, wo er mich markiert hat. Stimmt. Ne, ne. Er bekommt, nachdem er dich markiert hat, läuft er danach kurz schneller. Ja, mein ich ja, mein ich ja. Ach so, ja. Den Eindruck hatte ich schon gehabt, als er... Aber er hatte auch einen Erdorn, um mich schneller zu markieren. Also... Ne, war aber eine schöne Runde. Ja. Auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schau doch unbedingt bei das Runja und Frey Frey vorbei. Bei beiden findet ihr heute auch eine coole gemeinsame Runde. Viel Spaß beim Schauen. Sprecher